Ja klar, nehm ich auf, dass ich heute hier alles rein Achso, hallo Guck mal, ich bin gerade im Fernsehen Alles klar Okay Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft SG Und äh, Minecraft SG, alles klar Wir spielen heute Jump Down auf dem lieben Revinzeit Äh, Get Down, Get Down Tut mir leid, dass ich euch eine Fehlinformation Alles klar, fängt schon mal gut an Äh, gegeben habe Und ja, wir spielen heute Get Down Auf dem Revinzeit.tv Ich bin gerade ein wenig Ja, äh, viel zu draufgängig, wie ich gerade merke Deswegen muss ich mal kurz runterkommen Denn wir brauchen nämlich Coins Und müssen gar nicht so weit runterkommen Wie sonst eigentlich immer das in dem Spielmodus gefragt ist Aber, äh, ich glaube den Coin hier da unten Den grab ich mir mal Boom So, erstmal 68 Coins Äh, 86 Coins gegrabt Zack Und hier nochmal 95 Coins Alter, was denn habe ich gerade mit Zahlen Äh, gucken wir mal, was das für ein bisschen Für einer ist Langsamkeit Nice Und mit dabei ist der Wir sind zwei Typen, die sagen Ihnen jetzt Hallo in 321, go Oh nein Oh, der eine hat noch Stimmenverzehrer reingemacht Nice So, also die beiden sind dabei Der eine hat einen Kanada, der andere ist Randy Die nicht Spaß Und, äh, ja Ich meine, hier auch nicht dich nicht Spaß Ich bin Du bist geil, ja Sup, du, was hast du für ein Tonne Kanal? Ixai Angel Ich habe einen Kanal, jetzt sage ich euch, wie man das selbst geht, die DDoS Und den Modus, ich hab die DDoS die 6 1 6 und er ja im Moment ließ gar nicht mehr so schütteln immer ich hab er hat mir auf die das letzte Video ziemlich viel Rückmeldung geben was mich sehr gefreut hat denn er ja und es ist halt einfach eine scheiß Qualität das hat ja alles nicht mehr gesehen und er sieht man ist man doch einfach mal die Sekunde lang froh er dass man nicht mit OBS aufnehmen muss und dass ich einfach mein schönes Exempore daran und nicht damit gut ausgehen ich will natürlich nicht sagen dass OBS schlecht ist aber ich kenne mich einfach komplett gar nicht mit OBS aus aus dem Stream da geht aber äh ja okay das schon jemand gewonnen guck mal ob ich viele Coins haben wir denn gerade äh ja gut ich hab hab ich gesagt dass ich grad voll schlecht eigentlich bin in meiner Zeit habe ich aber nö wenn ich holen mir liegt es nicht bis ich erstmal tot okay es sind wir auf Ök- und ungesündbar da dies okay zack okay nice fail aber egal warte mal dann gehen wir mal auf den gehen wir mal auf den komm schon lucky ja Resistenz okay äh dann gehe ich auf den dann gehe ich auf okay das die das Commentary ist auf jeden Fall krass Niiiice okay das ist immer scheiße wenn man an allen Blöcken vorbeifällt eigentlich brauche ah guck mal hier kann lol okay doch es leckt ein bisschen muss man zugeben es leckt es leckt Peterle TV nein dieser Huren so ein alter Party ne du hast mir grad den Punkt sowas mal abgestaubt das gibt's gar nicht wieso will man den das spielen ich verzweifle hier lecks lecks Leute der Party hat auch einen Kanal und ihr könnt gerne bei ihm vorbeischauen und ja der heißt Party Youtube warum hat er sich nicht zielfühlen ich bin ich bin so um ich bin ich war es ist richtig abgehoben nicht wahr ist Leute und junge was ist denn hier los ganz im Ernst so ich möchte mal den Kräuter gräben ich versuche die jetzt mal äh ne leider haben sie jetzt es war dann so viele von deiner Sorte halt da Prozent also ich denke alle denken halt dass du ein paar mehr Accounts gemacht hast aber ja man weiß es natürlich nicht so genau das war klar oh man alte Leute was ist denn hier los ich hab gar keine Ahnung ich ich will die ganze Zeit am Anfang welche kriegen aber anscheinend kann man da irgendwie fast gar nicht hin oder es ist übel schwer Alter Alter Gigi okay wie viele Kommentare hab ich denn überhaupt nicht ich seh das überhaupt nicht wusste mein Name ich bin du bist da in der Mitte ungefähr unter mir bis zu noch ich bin ja unter mir her sehe ich mich nicht mehr noch nicht ich bin und wir werden es nein die will ich haben ich habe sie bekommen ihr Lauch Leute Alter Leute und Leute gleich äh das ist nämlich der Unterschied zwischen Get Down und Jump Down äh das wir jetzt gleich noch kämpfen müssen ja und das mit diesen Co-Points hab ich noch gar nicht erklärt okay den Typen er ging auf jeden Fall ziemlich auf den Sack so jetzt muss ich mal okay das ist der nächste Coin okay wie komm ich jetzt am schnellsten hin ohne zu sterben ich würde sagen den überlebe ich noch oh ja den auch noch und dann komm ich da eh lieben so 55 Coins ist doch schon eine ganz nette Zahl so aber ich sehe mich selber leider nicht das heißt ich weiß nicht wie viele Coins ich gerade hab so in Fall ganz geil weil ich doch irgendwie kann man das sehen aber ich weiß nicht wo nein dann witzig wenn man da seinen eigenen Namen ist nicht alles klar wie viel habe ich gerade äh 420 oh das ist nicht viele Leute das ist nicht viel 419 ist nicht so viel ich hab mehr wie hier ja ja okay Leute wir müssen mal gucken der eine Typ okay ich sehe da einen Coin nice ich versuchte mal so schnell wie möglich hinzukommen und zack das waren das waren nur 49 Coins aber immerhin 49 Coins das ist aber leider gerade übel das heißt das nutzen wir gleich mal aus da geht es wieder alle Leute die Nürzegger ins Zeit vor allem um den Sachverstand er weiß ich hätte gerade bis nach unten durchlaufen können aber okay ich habe gerade ganz in voll dem Spiel aber nein so ist es gut nein kacke Leute alle mit dem ich bin ich nicht nicht nur umfassend wo sie leider mal gestehen leid 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 das ist das ist nicht die ganze Zeit zu überlassen ein Bild das weiß ich nicht und dann kann wieder runter ich war schon ich mich verarschen man muss gar nicht nach unten kommen okay weil es jetzt wird sich denn wir haben nur 400 Coins das heißt ich muss mir ein bisschen runterschrauben das heißt Steinschwert ist drin ich nehme ein bisschen ich nehme ein bisschen Level 140 München ja klar Alter so hat sie mir dann schauen sich das mal auf Stufe 1 ja geil man kann das nur auf Stufe 3 verzaubern ich brauche hier dafür sehr gut hoffe ich mir nochmal Level ja Schärfe 1 so das ist schon mal nicht schlecht dann äh hol ich mir Rüstung ja was soll ich mir denn das holen ich weiß es ernst auf gar nicht ich könnte mir vielleicht ich würde sagen ich hol mir Special Sachen lieber da ich dann einen Vorteil habe gibt es einen Rot das wäre natürlich auch sehr gut ja so jetzt sind wir natürlich okay ich will mir noch glaube ich Rüstung oder weiß nicht warum brauche ich natürlich auch noch äh toll ein Goldafel zwei Goldäpfel und Rüstung okay das war dumm dass ich mir den Helm jetzt gekauft habe aber nein habe ich gesagt aber man kann ich kann mir glaube ich noch was kaufen 12 Sekunden äh 41 Coins davon kann ich mir nichts mehr hier holen aber dann will ich mir noch ganz schön wo es kommt mehr Leute so mal gucken was ist so wird ich bin echt gespannt das war es soll ich mir erst mal das war Geschwindigkeit ein bisschen auf Crack sein so leicht und so weiter ihr wisst Bescheid halt dann mal oh shit hat er sich rausgehauen okay ich sehe Kevin Parsi alter das ist ja nicht gut Nein Parsi wir dürfen uns nicht gegenseitig killen Och komm Parsi ist das dein Ernst Alter lol alter ich bin einfach instant tot was war das denn wir sind einfach alle direkt verreckt aber gut gegen den hätten wir eh keine Chance gehabt aber ja der ist auch für dir hä wie hat er die Rot bekommen ja du kannst auch special Jop Och nein dann befasst er auch eine Rot Oh hättet ihr mir das gesagt ich habe eh gesagt es gibt eine Rot hast du gibt es eine Rot das wäre natürlich auch sehr gut Jop Jop Egal jo Leute also hau da rein wir sehen uns im nächsten Video das war richtig geil okay da können wir natürlich nochmal irgendwann mal sagen okay dann machen wir nochmal eine zweite Runde von die war auf jeden Fall übel nein oh Gott was für das Alter hey aber wir einfach direkt ah okay also heute rein wir sehen uns bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal